Sie alle prägen das Erscheinungsbild unseres Hauses. Und jetzt an die Arbeit. Bist du einer von den neuen Kellnern? Nein, ich suche nach Christina Almeda. Seit einem Monat haben wir nichts von ihr gehört. Normalerweise hat sie uns jede Woche einen Brief geschrieben. Deine Mutter hält diesen Zeitpunkt für richtig, um dich zu verloben. Wer ist es? Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr beide glücklich werdet. Ich habe vor, meine Schwester zu finden. Das weiß ich noch nicht, aber das werde ich rausfinden. Vertraue niemandem. Auch wenn sie dir sagen, sie seien deine Freunde, lügen sie. Wenn du mich noch einmal anlügst, wirst du nicht nur entlassen, dann werde ich die Polizei rufen. Das ist die Uniform meiner Schwester. Ich habe sie im Herd in der Küche gefunden. Ich behaupte, das ist die Spitze eines Messers aus Gold. Vergessen Sie niemals, dass ein Grand Hotel Ihnen keine zweite Chance gibt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020